Zahnräder, ähm, das bedeutet, das Räder. So, und dann brauchen wir einmal, ähm, dieses gute Stück. Das ist eigentlich der Unterschied, oh ne, das war ja die Batterie, das er mehr in der Hand halten kann. Ah, mehr verstauen, was ist das, neuer Befehl, verstaue, tralala, im Roboterfach, ich weiß es nicht, ähm, hab keine Ahnung, egal, ähm, noch mehr Zahnräder, naja, okay. Oh, battery low, locked, äh, was, okay. Das heißt, ich brauche nur neue Batterien in diesen Sündern. Okay. 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 So, damit hätten wir ihn fertig. Unser neuen Pilzisammler. N-K-1. So, Rekarod. Pilz nehmen. So, Pilze sind Glavionen irgendwo. Oh, nee. Ja. Aber damit könnte man einen Pilz... Pilz? Kann man das eigentlich so machen? Kann man das so machen und dafür das länger? Nö. Okay. Ja, relativ egal. Ja, aber hier hinten könnten wir eigentlich noch so machen. Der Suchbereich. Okay. Ähm. Bis die Hände voll sind. Genau. Und dann gehen wir zu der Kiste. Und schmeißen sie weg. Bis die Hände wieder leer sind und das Ganze bitte die ganze Zeit. Und los. Bis die Hände voll sind. 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 Okay, Sieglagunst 18 von 1000, das könnte ein bisschen dauern. Das könnte auch ein bisschen dauern. Aber gut, wir haben jetzt drei Sammler mittlerweile, die ein bisschen mehr sammeln können. Also, wir können ja fünf Sachen einsammeln, die anderen konnten ja nur zwei oder drei, also ebenso in der Region. Natürlich, Wiesentwürfen, ja. Ich bin halt am überlegen, ob man... Gott, guck euch die Herzen an. Herzlein! Ja, schön, wenn du die Herzen auch sammeln würdest. Und entleeren gehen. Ja, so war das Programm gedacht. Bisschen die Leerse. So, und dann wird er los. Also, ich wüsste nicht, was er für ein Problem hatte. Aber ja, irgendwie wollt er nicht mehr. Irgendwie wollt ihr keine Werze zu mir sammeln. Ich bin grad am überlegen, was wir heute ihm hier machen. Mit dem alten Herzelein. Der könnte vielleicht mehr Bieren kloppen. Dass er hier schneller vorankommt. Weil der Bierenklopfer, der ist... Der ist ein bisschen hinterher. Das könnte man jetzt ausschmeißen. So, dann neues Rekord. Wir nehmen ein Stückchen. Gott, wie ging das nochmal? Ja gut, ein Stückchen. Ich habe keine Ordnung. Bis Hände voll sind. Meinetwegen. So, mit dem Stückchen gehen wir hin und klopfen ein wenig die Beeren. So, das im Maximalbereich. Und ihr seht, von dem Maximalbereich ist es kleiner. So, genau. Aber es reicht vollkommen aus. So, und das dann endlos. Oder? Oder warte mal. Bis Hände leer sind, ne? Muss ich jetzt machen. Bis Hände leer sind. Und das endlos, oder? Irgendwie so. Ich versuch's mal. So, er nimmt sie ein Stückchen. Das ist schon mal sehr schön. Er nimmt sich zwei Stückchen. Er nimmt sich drei Stückchen. Oh Gott. Ja, drei Stückchen kann er. Das ist schön. Die andere ist übrigens gar Stinggebiebe. Hm. Das ist schön. Dann lege ich mal ein Stückchen wieder hin. Vielleicht muss ich erst stehen. Hey, in weiterer haben wir zwei Stück, die Büsche kloppen. Und hier haben wir noch einen Bärensammler, der immer nur eine Bäre nimmt. Das ist irgendwie total Quatsch. Weiß nicht. Da könnte drei nehmen. Also, das wäre möglich. Ich glaube, der braucht man gar nicht mehr in dem Sinne. Ich glaube, der braucht man gar nicht mehr in dem Sinne. Oh, mein Tee dampft, äh, Hust. Ich glaube, der ist jetzt am Rand. Ähm. Na, der ist schon arschkalt. Ist aber nicht schlimm. So, Gott. Was haben wir mit diesem ganzen Tuch gewöhnt sein? Ähm. Den haben wir anlegen mit der Diskette. Ja, könnte ich was machen. Aber, ja, vielleicht brauchen wir noch einen Roboter. Weil hier ist das Lager schon voll mit dem Stöcker. Zum Beispiel. Ähm. Vor allem, ja, okay. Wir haben schon wieder keinen Sprit. Müssen wir da aufziehen. Nee, doch, der hat Sprit. Der hat keinen Sprit. Und, der hat keinen Sprit. So. Die andere ist auch kurz davor. Oh, oh. Ist dunkel, ist nicht wild. Ich glaube, ich muss gleich mal einen Antrieb bauen. So, auch mal noch einen Robi. Achso, apropos. Aha. Ja, genau. Genau. Wir haben Baumstamin. Nee, haben wir umprogrammiert. Ähm. Da muss ich mal gucken, ob er einen neuen Baumstamin bauen kann. Der braucht auch keine Diskette. Was der brauchen könnte, ist vielleicht... Ja, Speicher? Ich weiß es nicht. Da kann man dann sagen, bis Speicher voll ist. Ich weiß es nicht. Ähm. So. Ja, genau. Ich wollte die Axt haben da hinein. Wollte den Robi haben. So. Der ist jetzt auch mein Glück. Ähm. So, warte mal. Ziehe ich mal eben schnell auf. Ah, unsere Pilzsammler hier hinten sind auch im Ende. Der ist auch im Eimer. Auch wieder kein Saft. Ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich die Axt und bringe die zu den Äxten. Äh. So. Ich finde, die bräuchten unbedingt hier mehr Musik. Das wäre so schön. So, ich gucke mal nach Upgrades. Jetzt, äh, ich könnte ihm mal das geben. Einfache Roboter-Inventar-Verbesserung. Dann hätte er mehr Inventar. Aber, das kann ja auch. Der Roboter... Okay, wir können so einfach. Äh, so, wir brauchen drei Bretter. Okay, das kriegen wir hin. Drei Bretter. 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 Drei Bretter sind better. So, ich glaube, ich habe vier genommen. Ups. Mein Fehler. So, damit hat er auch mehr Inventar. Ich kann theoretisch mehr sammeln. Theoretisch. Ich habe überlegen. Kann ihm ja nicht zwei Befehle geben. Bis Hände voll sind und bis Inventar voll ist. Also entweder oder, ne? Also theoretisch. Praktisch, äh. Ich weiß nicht. Können wir ihm noch geben? Einfach nur Roboter-Hirn-Verbesserung. Mehr Speicher für den Roboter. Ich weiß nicht. So, ich gebe ihm mal Schuhe. Mal gucken, was die Schuhe brauchen. Okay, einfache Zahnräder. Bring mal hin. Alles hier wieder rot am Blinken und so weiter und so fort. Das ist nicht schön. Na, komm doch mal weiter. Ich kriege meine E-Zigarette wieder nicht auf. Boah. So. Wir müssen mal mit der Wildfahrt. Bin mal gespannt, wie viel schneller er ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, ich weiß mal nicht, die müssten ja eigentlich auch Speicher haben. So, richtig. Ob man die irgendwie auch den sagen kann, macht den Speicher auch noch voll. Beim Sammeln. Ob das irgendwie Sinn macht. So, ein Pfahl brauchen wir. Ein Pfahl, bitte. Danke. Auf Wiedersehen. So, und jetzt gibt's Schüchchen. Für den Robitor. So, das wird schneller und er kann mehr denken. So, jetzt versuche ich den mal irgendwie so zu programmieren. Dass er, ähm, okay, die nimmige Baumstimme. Dass er, ähm, Baumstammi-Emka.